Was geht ab Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es ein paar Updates hinsichtlich Season 1 in Call of Duty Cold War. Und zwar hat Treads in den letzten Tagen damit begonnen, etliche Informationen darüber hinaus zu bringen, was uns konkret erwartet bzw. was es Neues gibt im Multiplayer-Modus, im Battle Royale-Modus und letzten Endes auch im Zombie-Modus. Schluss. Fangen wir mit der schlechten Nachricht zuerst und zwar, wie viele von euch wahrscheinlich schon sich gedacht haben, kommt noch keine neue Zombie-Karte. Ich persönlich glaube und auch einige andere Zombie-Youtuber sowie auch Reddit-User, dass wir Ende Januar, Anfang Februar mit der ersten neuen Zombie-Karte rechnen können. Ja, aber ich denke, damit musste man rechnen. Es wäre unwahrscheinlich gewesen, wenn Treads direkt nach einem Monat schon direkt eine neue Zombie-Karte rausgehauen hätte. Also das haben sie noch nie gemacht und ich denke, das wird es auch so schnell nicht geben. Also in der Hinsicht müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, was aber richtig cool ist und zwar werden wir zwei neue Zombie-Spielmodien erhalten. Um was es sich genau handelt, werde ich euch jetzt sagen. Fangen wir mit dem ersten neuen Zombie-Modus an. Dieser erscheint in der Startwoche vom 16. Dezember, sprich von der neuen Season und ich würde sagen, ich lese euch einfach mal die Beschreibung vor. Er trägt den Titel Oh du Tödliche. Dieser zeitlich begrenzte Feiertags-Modus verwandelt die Maschine von einem Winterwunderland zu einer Winterwüste und allerhand Frohsinn sorgt für die richtige Festtagsstimmung. Neben neuen Festtags-Dekorationen erwartet euch eine Fülle von festlicher Feuerkraft zur Verbesserung eurer Offensivfähigkeiten. Darunter Schneebälle, die Zombies einfrieren können, Strumpf-Power-Ups, Geschenke, die ihr gefrorenen Feinden abnehmen könnt und besondere Überraschungen im Inneren von Schneemännern. Was auch noch ganz cool ist und zwar haben wir die ersten Bilder schon erhalten, wie diese Dekorationen aussehen. Zum einen bekommt der Pesthund ein neues Outfit, was ich ziemlich cool finde, seht ihr jetzt auch im Hintergrund und der Megaton-Zombie bekommt auch noch eine Mütze aufgesetzt. Das können wir am Anfang in der Übersicht für die Season 1 erkennen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Modus haltet und an dieser Stelle muss ich auch sagen, ich finde es ziemlich cool, dass ja auch diese zeitlich begrenzten Events jetzt den Zombie-Modus involvieren. Normalerweise war es ja immer so, dass der Battle-Royale-Modus oder der Multiplayer-Modus irgendwie mit einbezogen worden sind, aber jetzt bekommt auch der Zombie-Modus was ab. Finde ich ziemlich cool an dieser Stelle. Machen wir weiter mit dem zweiten Modus. Dieser wird im Verlauf des Season erst erscheinen. Der zweite Modus trägt den Titel aufgeputscht und auf diesen Modus freue ich mich richtig. Wie ich schon gesagt habe, der kommt nicht direkt zu Beginn der neuen Season, aber im Laufe der Season wird er released. Aufgeputscht Ein zeitlich begrenzter Modus sowohl im wörtlichen als auch im sprichwörtlichen Sinne. Achtet auf die Zeit und auf das Töten von Zombies. Ihr explodiert, wenn ihr zu lange keinen Untoten niederstreckt. Ihr müsst schnell sein, denn euer Überleben hängt von ebenso schrecklichen wie hektischen Abschüssen ab und nur das Aufgeputscht-Power-Up verschafft euch etwas mehr Luft zum Atmen, bevor das Gemetzel weitergeht. Also wie es aussieht, ein zeitlich begrenzter Modus, in dem man Zombies töten muss. Wenn man dies nicht macht, wird man sterben. Klingt nach einem kleinen Abenteuer. Ich bin gespannt und ich freue mich auch ziemlich auf diesen Season. Persönlich glaube ich, dass dieser Modus interessanter sein wird als der erste. Aber ich meine, wir können uns nicht beschweren. Das Ganze ist komplett kostenlos. Und ich finde es cool, dass der Zombie-Modus durchgehend supportet, also unterstützt wird. Das heißt, wir bekommen jetzt auf jeden Fall zwei neue Spielmodien im Laufe der nächsten Season. Und ich denke, wenn die Season zu Ende geht, geht es dann weiter mit einer neuen Zombie-Karte, wie zum Beispiel dem Kino der Toten Remake oder aber Firebase Sea, über die habe ich auch schon ein Video gemacht. Was auch noch ganz interessant ist, und zwar weil unter einem meiner letzten Videos die Frage gekommen ist, wie es aussieht mit Splitscreen. Und zwar werden wir einen Splitscreen-Modus für zumindest zwei Spieler auch in der kommenden Season erhalten. Und genau, finde ich eigentlich auch ziemlich praktisch, wenn man ein Kollege dabei ist. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Update, von diesem Season-Update für den Zombie-Modus haltet. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Euer Grand Warlord. Ciao. Bis zum nächsten Mal.